hallo servus und herzlich willkommen zu diesem video heute gibt es ein kleines special ich habe mir nämlich einen traum erfüllt und habe mir einen neuen camcorder gekauft beziehungsweise so neu ist er jetzt nicht aber bevor ich euch den hier vorstelle mal kurz zu meiner alten kamera das ist ja eine nikon coolpix p600 mit der habe ich bis jetzt meine videos gemacht oder mit meinem smartphone alternativ beziehungsweise mit meiner action cam ich bin mit dieser kamera sehr zufrieden gewesen sie macht hervorragende fotos und auch tolle videos und was mich ganz besonders beeindruckt diese kamera hat einen 60 fach zoom damit kann man zum beispiel in der nacht solche aufnahmen machen also wirklich beeindruckend und wie gesagt ich war bis jetzt immer sehr zufrieden ich werde sie natürlich auch weiterhin als zweite kamera verwenden was allerdings das negative war ich habe es zumindest nicht gefunden aber ich glaube es funktioniert auch nicht man kann hier beim filmen nichts manuell einstellen beim fotografieren kann ich die iso blende und so weiter alles manuell einstellen nur der video modus läuft eigentlich immer im automatik modus ab bis auf die schärfe die kann ich manuell einstellen aber das war es dann auch schon das kann ich bei meiner neuen kamera hier jetzt alles manuell einstellen das ist eine panasonic hcx 1000 dieses kameramodell wurde 2014 von panasonic auf den markt gebracht und ist jetzt seit kurzem aber nicht mehr im handel erhältlich die kamera erfüllt aber nach wie vor die besten aktuellen standards und die schauen wir uns jetzt etwas genauer an das wichtigste zubehör ist hier ein ladegerät natürlich für den großen akku der hält wirklich ewig lang also man kommt damit fast über einen ganzen tag hier sogar eine extra stromleitung mit dabei genauso noch eine zweite stromleitung hier am netzgerät denn ich kann die kamera auch direkt nur mit dem netzgerät betreiben und muss dafür nicht mal immer den stecker wechseln dann ist natürlich dabei ein usb 3 kabel den anschluss zeige ich euch dann auch gleich hier ist noch ein halter den man hier montieren kann für ein zusätzliches richtmikrofon und es ist auch noch ein spezielles hdmi kabel dabei damit kann ich das video auch gleich direkt ausgeben selbstverständlich viele bedienungsanleitung das hier ist jetzt nur die in deutsch das ist allerdings nur die kurz bedienungsanleitung die richtige große bedienungsanleitung die liegt gar nicht bei die kann man sich nur im internet runterladen denn die hat weit über 100 seiten so und jetzt aber zur kamera die sehen wir uns jetzt im detail an fangen wir gleich mal hier vorne an hier haben wir die gegenlichtblende und auch einen objektivverschluss den ich hier mit einem einfachen schalter an und aus bzw auf und zu machen kann dann geht es weiter an der technik seite sage ich jetzt mal hier habe ich drei ringe die man manuell vorstellen kann und zwar habe ich einmal hier die schärfe den zoom und die blende die bewegen nicht direkt die optik ich kann mit denen aber die motoren steuern die diese mechaniken regeln dann geht es weiter hier mit einem eingebauten nd filter hier unten der taster mit dem ich die blende auf automatik und manuell schalten kann dann habe ich hier frei belegbare user tasten auf die ich bestimmte funktionen legen kann eine taste ist schon mit dem focus assistant belegt der ist auch ganz praktisch den lasse ich hier hier unten an dem schieberegler kann ich jetzt den focus einstellen automatisch oder manuell und habe auch eine push autofokus funktion mit der ich im manuellen modus kurz den autofokus betätigen kann und das bild scharf stellen des weiteren habe ich hier eine klappe in der zwei sd karten platz haben die kann ich folgendermaßen wählen und zwar dass ich entweder gleichzeitig auf beide karten aufnehmen oder ich kann einstellen dass ich erst auf die erste karte aufnehmen wenn die voll ist geht es nahtlos auf die zweite karte über und wieder zurück und hin und her so kann ich immer eine karte auslesen und die nächste wieder beschreiben dann haben wir hinten die audiosteuerung hier habe ich zwei inputs die werde ich euch gleich zeigen ich habe zwei audiokanäle und zwei regler dazu mit denen ich den pegel einstellen kann und ich kann auswählen zwischen dem front mikrofon dem stereomikrofon und zwei weiteren eingängen die ich gleich noch zeigen werde des weiteren habe ich hier oben den bildstabilisator eine zebra funktion und auch den umschalter zwischen dem display und dem sucher hier unten habe ich jetzt einen wichtigen schalter und zwar wähle ich hier aus zwischen automatik und manueller modus die intelligente automatik funktioniert auch wirklich hervorragend das ist der taster für den shutter hier kann ich also die verschlusszeit manuell einstellen eine taste für den weiß abgleich eine taste gain für die verstärkung bei low light dann hier ein rad mit dem ich die ganzen funktionen hier einstellen kann und zum schluss noch mal eine taste für das menü das schauen wir uns aber auch später an aber dazu brauche ich die taste nicht unbedingt das kann ich direkt am bildschirm auch auswählen weiter geht es jetzt auf der rückseite hier ist der große akku verbaut dann gibt es hier hinten wieder eine klappe hier habe ich einmal den usb 3 anschluss wo ich die kamera direkt am pc anstecken kann dann habe ich einen usb anschluss hier kann ich zum beispiel einen stick oder eine externe festplatte anschließen und die daten direkt von der kamera überspielen und noch einen hdmi ausgang wo ich das ganze direkt am fernseher oder einen kontroll monitor anschließen kann weiter geht es jetzt auf dieser seite hier habe ich schon mal den input nummer zwei mit dieser praktischen abdeckkappe dann gibt es hier eine klappe hier ist ein kopfhörer ausgang und auch der anschluss wenn ich das ganze per netzgerät betreiben möchte und hier unten habe ich noch eine klappe hier habe ich einen analogen ausgang sogar von dieser kamera und noch zwei anschlüsse für kabelfernbedienung für zoom zum beispiel hier hinten versteckt sich der ein und ausschalter und auch der rekordknopf hier oben ist eine zoom wippe die reagiert je nachdem wie fest dass man drückt und passt die geschwindigkeit des zooms an dann hier hinten der zweite audio anschluss der input 1 der ist gedacht falls eben hier ein mikrofon montiert ist kann ich das direkt hier auf kurzem wege anstecken dann geht es hier weiter auf der oberseite ich kann das ganze wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt auch nur am henkel nehmen und so filmen und darum habe ich hier unter dieser abdeckung noch mal eine rekordtaste und auch noch mal eine kleine zoom wippe diese ist fest eingestellt jedoch kann ich im menü drei verschiedene zoom geschwindigkeiten einstellen für diese wippe des weiteren habe ich hier oben noch ein paar tasten und zwar bars das ist sozusagen ein testbild dann der zähler für die aufgenommene videozeit kann ich hier zurückstellen oder thumbnail hier zeigt es mir die aufgenommenen videos und bilder an und damit würde ich sagen kommen wir auch schon dann zum menü hier an der seite sitzt der bildschirm drin den ziehe ich einfach hier raus und klappe ihn auf jetzt schalten wir die kamera doch mal ein und dann zeige ich euch noch kurz das menü hier seht ihr jetzt also den bildschirm hier oben kann man die zeit sehen wie viel bereits aufgenommen ist dann natürlich die akku hier sieht man dass der bildstabilisator aktiv ist der automatische weiß abgleich die db ist die gain verstärkung die zeige ich euch später auch noch bei den aufnahmen hier ist die einstellung der blende die einstellung für den manuellen fokus und der zoom ein kleines historamm ist dabei dann habe ich hier außerdem einen künstlichen horizont wo man zeigt ob die kamera schief steht hier ist der pegel für die zwei mikrofon kanäle aktuell ist nur auf das front mikrofon eingestellt außerdem sehe ich hier im display aktuell wie die kamera eingestellt ist wie sie filmen soll also im moment 4k mit 150 megabit pro sekunde und hier die restliche speicherzeit für die zwei sd karten wenn ich jetzt hier auf den bildschirm tippe bekomme ich erstmal die übersicht hier mit ein paar szenen hier kann ich die kamera an verschiedene szenen anpassen dann hier noch ein paar user tasten und hier unten ist die menü taste da kann ich das kamera setup machen die detail level und alles mögliche dann die aufnahmeeinstellungen wie zum beispiel die sd karten auswahl oder welchen aufnahmemodus ich habe ich kann im mov mp4 lpcm nur mp4 oder avc hd einstellen das aufnahmeformat kann ich je nachdem welches format ich gewählt habe aussuchen entweder 4k full hd mit 50 oder 25 bildern pro sekunde außer im cinema 4k modus hier kann ich 24 bilder pro sekunde also den original kino modus hier ist die auswahl für die aufnahme auf den sd karten hier habe ich auto switch also die funktion dass von einer karte auf die andere gewechselt wird während der aufzeichnung das war jetzt mal nur ein ganz kleiner einblick in das menü jetzt kommen wir noch zu etwas warum ich mich unter anderem auch für diese kamera entschieden habe denn die hat auch wlan an bord und zwar kann ich einerseits mit der kamera selbst ein wlan erzeugen wenn ich mich dann mit meinem smartphone damit verbinde kann ich über die app von panasonic die kamera fernsteuern oder ich kann sogar mit der kamera in ein heimnetzwerk zum beispiel bei mir zu hause gehen dann muss ich mit dem smartphone nicht einmal das netzwerk wechseln sondern kann direkt über mein netzwerk auf die kamera zugreifen und diese damit fernsteuern was ich bei dieser kamera auch noch sehr cool finde ist die hat sogar einen nachtsicht modus mit eingebauter infrarot kamera aber das war jetzt erstmal ein kleiner überblick über die kamera es gäbe noch unendlich zu erzählen ich muss mich selbst auch noch ein bisschen rein arbeiten in die ganzen funktionen ich habe auf jeden fall schon ein paar testaufnahmen gemacht und die werde ich euch jetzt nach dem anschluss zeigen und ich bedanke mich fürs zusehen ihr wisst ja wie immer liken und abonnieren nicht vergessen würde mich sehr freuen wenn ihr mich unterstützen wollt schaut mal unten in die beschreibung da habe ich einen kleinen paypal me link eingestellt oder auch eine amazon wunschliste und jetzt viel spaß mit den testaufnahmen und bis zum nächsten mal servus bis zum nächsten mal 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 Amen. Amen. Amen.